herzlichen willkommen zurück zu borderlands mit dabei black tour anime ja und und mister KGP wir waren hier stehen geblieben und dieses weiter die Leiterung frage an die Stoffer sagt 2 3 1 er hat bei 2 1 2 2 3 1 so egal ob so die drei zahlen ich habe gesagt ob er die drei zahlen sind da ist man ja nicht mehr 1 3 2 alles ist vorbei er drüben oder singen sind nur 1 2 oder 3 4 1 musst du dich entscheiden nun will er sowieso geht der Schalz und die Dahl um Artie war hat man nur die ZDF die Dahlia auf die drei Felder hin und her sprung und die Kinder bleibt auch mehr verkommt und sieben das sei ad oder von hätte erledigt werden wenn du schießt da fliegen bei mir immer hier so voll kringel durch die Luft er und du schießt und die mir voll die Kringel durch die Luft der Unterrichtsbekämpfung ach das ist das das genau wie das die Kringer zu von Bohnen hätte Schrottwinde und er hat die Macht auch die heiße schießt die Welle oder um eine Welle was macht er noch weiter es macht ihr auch so auch solche komischen Kugeln oder wird mehr Wetter dann sehen okay dann macht man will ich doch wieder Schrottwinden ha 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 der Fall so ne Welle Schrottwinde wer genau Oh ich war sehr ja da hat die über die Quere Rente weg aber auch das Gerhard wo so noch ein Pett war so flott unterwegs bist und ne Sniper kriegen glaube ich deswegen ja die Sniper und die Schrotflinte reite die Welle alter heißt die hab ich die jetzt auch schon gekriegt oder wie soll ich jetzt jeder gekriegt ach jetzt haben wir eine Schrotflinte gekriegt erstmal muss ich habe wieder eine Sniper bekommen reite die Welle alter ich habe jetzt eine goldene Sniper gekriegt ja ich auch ja jeder kriegt eine gelbe ja ja ich guck mal das jetzt mal die behalte ich mal drinnen und wenn ich die andere Schrotflinte verkaufen die macht ja meine die kann verkaufen die Brücken den Scheiß die Schrotflinte dort ach Sniper aus der Gewerbe ja die ist zwar die lila Waffe das heißt sie ist aus sehr gutem Material gebaut umso besser die Farbe blau und dann kommt das Liga und nach Liga kommt dann diese gelbe Farbe was Gold sein soll am zurück Fall so jetzt haben wir Ostern Falke verstehe ich nicht versteht und das ist ein Fall gewinnt geben wir die er da ab jetzt gehen wir die erst mal ab er hat gehören was kommt mir gleich zurückrufen da kommt er wieder in was macht er der kann Gegner angreifen und Sachen mitnehmen und auch was genau zum Beispiel mehr Geld oder Munition da kannst du den auch nur Feuerdings rein machen oder Güft genau ich gebe nur schnell die E-Mission ab hier ihr könnt da vorne warten ok gab es noch mal ein Schild gab es noch mal ein Schild ich verkauf mal schnell die E-Schrote der hat dahinter eine Handknifze fallen lassen Alter ey geil eine vollautomatische Sniper hier sah ich doch hier ist eine Sniper drum mit Feuer darum durfte ich nicht mitlaufen ich habe sie gekauft ja ich will sie auch haben Prozent und es ist ein Gehmet Feuer ich habe sowieso kein Geld also von da müssen sie wollen sie auch kaufen in die Anwesen so die behalte ich die behalte ich auch erst mal die kriegt Prozent Lecky Obo erhalte ich auch erst mal die Bewerber auf doch gar nicht der Verkauf bei mir doch kein Sniper ja weil ich die gekauft habe warte ich wollte dir schenken wolltest du mir sie schenken ja so bin ich ganz böse so bin ich warte mal 14 13 ja dann kann ich die doch besser nehmen bei die war halt die kann weg die macht 14 und 17 ja will einer meine Handknifte haben mit Feuer mit Feuer gerne den Klipper hier der Klipper ja ich komme ähm ich will das Sniper wir haben nicht die Knifte genau so und von dem nächsten Endgegner äh krieg ich die äh SMG die aber auch wenn ich mit dem 8 hier war da haben da haben wir dann kannst du von mir jetzt ein Sniper gewährt kriegen ich hab das schon eines ganz verkaufen näher kriegst du ein stärkeres ach so es ist jetzt hat eine neue Waffe da drin auch so ist nur ein Einzelschuss Waffe toll ja die sind scheiße die Riffle die sind scheiße die können wir die ganze kriegen ich hab grad irgendeine Schrotflinte bekommen CK's Wave ach der hat wieder ach so äh 62 88 hm das Problem bei deiner Sniper ist sie macht zwar etwas mehr Schaden ne aber äh die Feuerrate ist sehr sehr niedrig und 3 und 3 Schuss nur ne mit Blacky und meine hat 10 Schuss und Feuerrate 2,4 die ballert die 10 Schuss hintereinander weg wie Sau ja ja darauf musst du auch immer achten ja das hab ich ja schon gesehen aber trotzdem mhm also deine kann ich wieder verkaufen 3 Schuss ist nämlich gar nix also da muss bisher bisher nur am nachladen das tut dir vor allerdings ja auch ja das ist erstmal äh aber die hat ja noch Feuereffekte da brennen die ja ne das ist ja deswegen da bluten die ja aus sozusagen da bluten sie aus kann man so sagen ich muss mal eben zu nochmal schnell hier meine Skillpunkte neu machen blau knarre sieht voll cool aus das blaue Schrottgewehr was du da auch gerade ausgerüstet also hier könnt ihr eure Skillpunkte wenn er falsch mal gesetzt habt könnt ihr die hier unten oh sehr sehr teuer kann ich mir überhaupt leisten ich kann es mir leisten mache ich aber nicht ja ich mache es aber weil und Dr. Z willst du irgendwas von uns ich möchte hier gerne 1 2 3 4 5 und den ersten hier ach ne ich habe jetzt schon 6 aber jetzt ist mein Schild voll aufgerüstet er hat gesagt du weißt was du wissen musst ja was muss ich wissen so und jetzt kommt ein harter Gegner der ist Level 10 wie wir ne Level 11 ist er und die wie gesagt die äh ich bin auf jeden Fall die äh kummer hier die er vorher hatte an also auf vor auch cool dafür liegt die aber die Söhne nach was macht uns keine Schrott gewerden und ja das ist ein ausreichender Welt zu gehen reite die Welle 3 ich mag das Teil jetzt schon ich würde nicht Autofahren so wollen wir so wir müssen aber jetzt erst den Besuchungen um Auto zu fahren dazu müssen wir den Ente den Gegner jetzt Blatt machen und erst mal hier so ein Kamikaze Killer ja es reicht aber auch mal ein paar Kürzenhausen xp habe ich heute kriegt für was eigentlich ratatata aha steht da oben krass 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 roadmap Audience so ach so ein Thomas Meistern ist nach dem Mann ich habe Feuerkugel ich hab so was für die Fässer hier wenn die Petra kommt schon wenn man den Schrocken losgehen da macht uns was ist wenn ich gar nicht will von der Letzten sein müssen wir aber erstmal sein Schild runterkriegen ein Schild ist so brennend so ich stehe direkt vor dem Bezug den nicht ja und gestürzt ja ich mach das ich bin vielleicht auch immer nicht gekauft ich falle von den Händen auch noch auf ihn was schon passt es hat eine freundliche Kilder liegt eine SMG Lila wir leben bitte ich habe da gedrückt das so wie losgelassen auch viel die Penner hier die Menü sagt hier die Zwicklung ja gleich aber ich kann es noch ein bisschen auszögern indem ich in die Hütte flüchte du hast meine Maschinen für das Maschine ich guckte man gibt es zu tun ich will zum Glück gut ist und scheiß es ganz kurz das soll ich gar keine Not da unten auch in der Kirche doch trotzdem gereicht hat so wenig Geld die Bestimmungen Maschinen so ist er will in einem Schild setzen können Fettner ein ich habe ich mit Vollhorst und dann kommen wir zu dir und schmeißen ein Schild der Gebrauchsturm das vorher ich brauche es so ich bin auch gut am Schuss die Amo bekommst zwei Wochen Nuhu da wird es euch und gut müssen misst er hat und erwischt was soll er ja ich will mal jetzt die Pistole rausnehmen und Prozent den Schrader mit reinnehmen von Bonnet wie was was ist der hier das ist Schrader und was macht er geschaut wird der schießt um ich glaube der schießt 3 oder mal aber ich kann ich gleich sagen Prozent Waffen so ja zweimal zwölf Schaden ähm Feuerwarte 6,9 ja der ist nicht der Beste aber er ist jetzt jetzt erst mal äh ist ja der ähm ich nehme auch lieber die hier und eigentlich ist der gar nicht gut finde ich also wechsle ich den jetzt auch gleich wieder aus schön gegen die Hand kniffte aber ich glaube da bringt mich ein bisschen Geld so jetzt haben wir den Platin macht den Arsch das Modul haben wir auch können wir jetzt auch hier sind noch ein paar Geldkisten verteilt Bombe hier so dann hier ja auch springgranaten verkaufen hier ist eine Puppe hier ist eine Munition das heißt Amo einer Brauch und warte mal hier waren auch noch zwei Geldkrisetten ne für mich nicht das Ding explodiert übrigens wenn er darauf schießt was jetzt ist es explodiert oh geil hier oben ah was macht er da wir klauen das Geld muho Euro er hat ja auch sonst nicht klappt so wer war sie aber nicht Prozent und jetzt spackt er wieder weg es wird bald er hat gegen sein Rennen wenn wir in die ankommen genauso wie bei der drei Hälfte da hatte ich auch die Person die am schnellsten war da kostet auch auf dem Weg mit der alle will auch aber eigentlich nur ein Auto wenn sich die uns auch zu holen ich bin eigener und dann kann ich fahren so ich muss mich jetzt mal aufbessern hier muss zweiten welche welche Farbe wollen wir haben wie welche Farbe wenn man kann sich fahren will schwarz-blau und so Grün so Minguin Flamingo was geht hier ab ich erledige oder fliegt Bahamas bis dahinten ist er flogen war der Mann er ist noch vor Ort am schwarzen Brett bei Feuerstone hat er noch immer so gut sind genauer bewahrten wir warten auf die Lüste schon er hat so ein Spieler und so ab mit der Lussspotten sind auch wo es sind ja blutige Reifen nämlich ich war wieso er hier auf deine Feinde wie er da rechts da hat er er muss verstehen bleiben Prozent es müssen erst mal überfahren nicht zu schießen vor allem auch so klar Straßengüssen die Vieche überfahren wo ich hänge schweiß ich hänge auch gar nicht in Stiftung so wie sie sich Farmer gegen mich okay ich gebe Vollgas und ich komme hier nie weg ich bin nicht einmal aus der auch auch übertreibt Stiftung und er hat so aus der Hälfte bis Trauer so ist das auch ein Turbo Tiere können wir dann nebenbei überfahren Gruppe die die Hupen krank weil sie noch ein Turbo Prozent oben links oben links auch okay genauer gekommen genau die Prozent der Halt oder und so für mich eben so soll überfahren zumal einer einer erzielt so schön überfahren wenn man wird muss oder er soll nicht gehen seit die Börse ich bin hier schräglage gefahren so den noch überfahren er hat sich los er hat sich auf die Kompagnen auf der Arbeit doch doch ich bin hier Schräglage gefahren so den noch überfahren er hat es nur zum Anfang jetzt haben wir die 10 Kilt schon doch ich schubs mein Auto um ich kann nicht fahren so hier nehmen wir warte mal hier ist aber auch noch was mitnehmen das erste Tagebuch nicht mehr mit Gb so 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 äh Blackly Leaves Ballern oder ja klar der Antrieb da vorne muss mit dem Scheiß mit dem KMG umgehen aber und der auch BAM 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 mit Mr. Z mit Dr. Z gesprochen machen wir ok komm wieder her ich hab was cool aber auch nicht kriegt dies nochmal in den Tag upgrade AW nicht Prozent 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 musste schön laufen wenn ich dann jetzt wieder mit bei gespart kommt Alter er soll aussteigen und nicht dauernd die Städte an Seite wechseln um ja ja er hat er schon da ja ja Alter so dass wir leben hier ja ist frei also upgrade gekriegt aber ich habe in dritten auch ja ein dritten Prozent Waffenplatz ist jetzt frei ja 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 geil alter so habe ich bekommen jetzt habe ich nicht gekriegt ich muss wenn ich mal die Sniper reinpacken da habe ich auch drin ich habe jetzt knapp ich habe jetzt Maschinengewehr Schrotflinte und Sniper was will er jetzt auch so ok ab geht er Peter Klapschöp will wieder Koks es muss auch ein Schuss dafür so den Schrader verkaufe ich wie gesagt der ist nicht der Rede wert Muni vielleicht noch auffrischen ja ich gucke auch gerade nicht nur nach nach Updates gucken ob vielleicht ein neues da ist ah endlich haben sie mal die muss ich mir verkaufen endlich haben sie meinen Granaten Mod den ich so liebe kann ich den anderen ja verkaufen äh Bounting Betty heißt der Bounting Betty und der macht 22 Schaden ja das ist besser wie der den ich vorher drin hatte der ist ja für den Furz den man vorher hatte der kann weg so so sehen die jetzt pass auf so sind die jetzt aus die Granaten ja wer war ich pass auf na das ist schön so rum ist es richtig der bummst das macht noch BAM das macht BAMS 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 Prozent in der BAMS wonach ab geht es vorher Prohalter und Schuss das was sie mich weg geschoben du denkst wenn du auch vor muss die Welt von der Differenz nicht im Tor Schüssel als Traum hier machen wir jetzt erst mal wenn im Auto sitzen genau die Stürmer am Moment die Kündigungen der Tat tagebücher holen Tagebücher Moop Kevin wenn die BK für das gleiche Jahr zu bis gleich allein zu haus aber ich bin schon fast alle zu Hause in der Stadt ist es eingefallen die Achse ich will so über die Schanze hier ja es gibt selbst der 3 und da voll ein Dreher so ein Tag wo sie mich hierbei die Mauer Platte macht haben ich konnte so mal scheiße in der Kontrolle so ich habe verkackt Prozent scheuert es ein bisschen der Kürzmann von Mauer so Nö Fadoma du fährst doch ganz ich verschiebt naja er hat mit schießen das ist der Vorfahrt ich trau so 1 ist hier drüben hier aber erst mal die Waffenkiste öffnen Waffenkiste oh, wieder tausend XP gekriegt ja gut, eine Schrotflinte eine Schrotflinte und eine Handkniffte wie ist das nächste Tagebuch? oh, dann müssen wir es weil wir die Handkniffte haben können wir das nehmen ne, warum, nimm du mal so äh, wo war das nächste? eins war da ach man ich schiefe da nehme ich jetzt erstmal eine andere Quest rein und zwar die hier so, kommt mal mit ja hey, komm mir na, ich hänge hier und wie oh, ha ich habe ihm rausgeholfen ja gut nur auf was ja, ha, ha ha, ha so ha, ha, ha die ja, ha ja 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 nein ja 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 Vorwärter sind zu schauen der Sitz zum Visier Ofer und ein Zimmer er hat zwei vielen noch er wird mit Geld gekackt er hat es weiter nicht so ist noch zwei da oben da kommen wir noch mehr dann glaube ich da kommen noch mehr den Grüne da hat glaube ich wieder was Kuhl kriegt das was die Gelder hat muss kommen an der S&G hat er als neuen Schaden ja ich kann es kommen Dien oder auch die Salle noch mehr ich sage der Gelbe hier der hat uns und ich bin der Wart was hat der das hat gesagt krass Auerau Angriff der war da das ist die Führung zeigt sich die Schild Kittel den Hoffnung er die Vögel greift an das ist die Ziele Phase Pomeroy für Paul nicht mehr auf den Kopf ich bräuchte nur eine nein ich meine Amo auch so oder noch habe ich habe ich noch eine der Sturzflug hier ich habe keine Komponente mehr und das gab auf einmal her vorhin arbeit und schweigen ja ich war ja level up neben sofort einnehmen weil ich so sie verrecken und ich meine medikits scheißen soll ich keine medikits was ist er der vorteil 2 und sofort Ampulle wird es hier noch ein ganzer die Klinik im Köln um ja jetzt machen wir die Prozent am besten du bist du und in die Prozent fischer hier hat es auch eine Reihenfolge die ganze Wegbomben was kann man mit hier zu kommen sehr viele wenn auf A drückst wie gesagt markierst du sie ja hier ist ganz neu als Fahrer als Fahrer das macht mich aber nicht an jetzt da war da 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 ja okay das kann ich auf alles 1 so und ich mach mal hier im Schnitt Ja, mach das weiter. Bis den Sieg.